Wuff, wuff! Das ist ein gelber Bauklotz. Dankeschön. Hallo Omnom. Möchtest du mitmachen? Wir bauen einen Turm. Dann bringen wir uns jetzt grüne Bauklötze. Tada! Aber das ist doch gar nicht grün. Omnom, der Dackel hat recht. Dieser Baustein ist dunkelblau. Hm. 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 Äh. Hm. 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 Omnom. Schau mal, was noch in der Kiste ist. warum hast du denn angst vor mir das ist doch nur ein gelber angry bird und das ist zu schwer warte ich helfe dir oh das ist ein trésor ich glaube man braucht die geheimzahl um ihn aufzumachen ich kenne die geheimzahl war das bonbon gut schau mal freunde hier haben wir eine orangefarbene kehrmaschine schau mal die kehrmaschine hat sich straßensauber gemacht und das sind die letzten spielsachen vier kleine boote rot blau grün und gelb die müssen ins wasser um zu schwimmen ja das ist eine gute idee die Hey! Jetzt kennst du alle Farben und welche Farbe gefällt dir am besten? Ja natürlich, grün! Du bist ja auch grün! Hihihi!